Hallo ihr Lieben, ich weiß genau was ihr denkt, was macht der Fingard denn jetzt auf einmal Let's Plays? Haha, nein, der Grund ist, mach halt einfach selber hin. Ich hab zwei Fragen. Meine erste Frage wäre, oder genau gesagt die Frage geht an Fingard, auch wenn ich dich blockiert habe. Du kannst mir immer noch Videoantworten schreiben, also mehr ist der Dwayne. Das, meine Lieben, war Seldricon LP, für einige von euch wahrscheinlich bekannter als Snickers Gamer G. Damit euch klar ist, warum ich auf sein Video antworte, erstmal ein bisschen was zum Hintergrund. Ich habe auf seinem Kanal zu einem seiner Videos namens Let's Talk Nummer 11, irgendwas über Nordkorea und einen Pädophilen, meine Meinung gesagt. Er hat im Grunde gesagt, Nordkorea ist hier voll schuld, sollen die doch Frieden machen. Und er hat gesagt, wir können auch einen Pädophilen nicht laufen lassen, weil ein Richter wohl einen Pädophilen hat laufen lassen, wegen Therapie oder sowas. Ich habe im Grunde sinngemäß kommentiert, ja die USA provozieren Nordkorea ja auch mit, also es trägt Nordkorea nicht die Alleinschuld. Und ich habe zudem gesagt, wenn ein Richter einen vermeintlichen Pädophilen laufen lässt, dann hätte dafür bestimmt auch vernünftige Gründe. Und wie ein richtiger Mann hat Snickers, Entschuldigung, es geht um Snickers, wie ein kleines Mädchen, hat Snickers natürlich meine Kommentare beantwortet, sie dann gelöscht, mich blockiert und dieses Video gemacht, indem er lügt wie ein Bürokrat. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, was wir machen könnten. Erstens, wir nehmen einfach mal an, dass Snickers zu blöd ist, um sich die Schuhe zu binden, was nicht so fern liegt. Oder, was die zweite Möglichkeit wäre und was ich für dieses Video vermachen werde, wir nehmen an, dass unser Snickers ein lügnerisches, heuchlerisches Stück Scheiße ist, mit weniger Seele als die FDP. Warum nehme ich das an? Nun, zum einen verhält er sich so und zum anderen ist es lustiger, auf diese Art und Weise zu antworten. Also, machen wir weiter mit seinen Fragen. Die erste Frage wäre, wärst du glücklich, wenn es einen atomaren Krieg geben würde? Wärst du glücklich damit, wenn Korea die USA angreift? Oder andersrum die USA Korea angreift? Warum kann man nicht Frieden schließen? Wo ist das Problem? What the fuck? Okay, es hatte nichts mit meinen Kommentaren zu tun, aber von mir aus, ich beantworte dir die dämlichen Fragen. Nein, ich wäre nicht glücklich, wenn sich Staaten gegenseitig atomisieren. Und wenn man Frieden schließen will, ist alles super. Das Problem ist die Politik, die verhindert sowas. Was ich damit meine? Nun, zum Beispiel die Politik der USA, dass sie ständig Bomber und sonstiges Scheißzeug in der Nähe von Nordkorea aufstellt. Oder die Politik, dass Nordkorea sich zum Herrscher der Welt auserkoren sieht, weil ihr großer Genosse Kim Jong irgendwas, der den Kommunismus dahin gebracht hat, niemals offiziell gestorben ist. Der ist, laut Staatsdogma, von goldenen Kranichen in die Berge getragen worden, um da 100 Jahre zu schlafen. Solche Sachen stehen dem Frieden im Wege. Beide sehen sich im Recht. Nordkorea sieht sich im Recht zumindest sein eigenes kleines Reich und wenn die keiner hindert, auch nochmal Südkorea und Teile von China und sonstiges mitzuerobern. Und die USA sehen sich im Recht, diesen potenziell gefährlichen Staat wegzuballern. Aber es hat mit meinem Kommentar nichts zu tun. Mein Kommentar war, sinngemäßes Zitat aus meinem Gedächtnis heraus, Die Nordkoreaner haben keine Alleinschuld, die USA provozieren. Zum Beispiel mit Truppenbewegung in Richtung Nordkorea und mit Propaganda gegen Nordkorea. Also, wie kommst du von Kommentar von mir zu dummer, hirnloser Frage von dir? Was, andersrum, was hast du gegen den Frieden? Ich beziehe dich jetzt mit ein, weil du mir eine Antwort geschrieben hast. Ich werde die Antwort jetzt nicht, was man zitieren. Ich werde nicht, was man dazu sagen, dass du mir, dass du dich, was man hochfaben kannst und so weiter. Dass du, was man mir sagen kannst, oh. Nee, 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 das habe ich nie gesagt. Ich habe das, was man auf digitaler schriftlicher Art, einen Beweis. Ich habe es. Du kannst sogar screenen und nochmal hochbußen, wenn du willst, was du geschrieben hast. Mach ich nicht und so weiter, weil ich schätze dich. Was ich von dem wahnsinnigen Gebrabbel verstehen konnte, war zum einen, was ich persönlich gegen Frieden habe und die Antwort ist einfach, ich habe nichts gegen Frieden. Allerdings haben die USA was gegen Frieden, weil da die meisten Leute, die im Senat sitzen, auch haufenweise Aktien bei irgendwelchen Kriegsfirmen haben. Aber ich bin ja nicht ich. Dann kam eine Weile Und dann irgendwas von wegen, ich fame mich hoch an irgendwas. Wenn du jetzt meinst, ich fame mich an dir hoch, dann ist das schönes Wunschdenken, aber ich habe etwa 90 Abonnenten und du 10. Also Hochfame ist da nicht wirklich viel von meiner Richtung aus zu machen. Wenn du mit Hochfame meinst, dass ich irgendwie sage, Nö, ich habe das gar nicht so kommentiert, nö, äh, dann muss ich dir sagen, nö, ich habe das gar nicht so kommentiert, nö, weil ich eigentlich wirklich nur gesagt habe, die USA provozieren Nordkorea und Nordkoreaner machen das nicht aus Spaß. Also, ja, du bist ein Penner. Und ich lutsche nicht dir was mit die Eier, ich bin nicht was mit Schwun. The fuck? Ja. Ich habe auch nichts drin, Schwule, aber wie gesagt, ich bin nicht und seid, ich bin nicht so einer. Das ist mir fick egal. Ich habe mehr Eier in den Hosen, als du Schlepphoden am Sack. Warum laberst du über deine Eier? Nur so kurz als Info. Fick dich. Und die Frage ist, bist du für einen atomaren Weltkrieg? Ich sage von Anfang an, ich bin dagegen. Wenn wir einen atomaren Weltkrieg haben, sind wir weg. Denn wir bunkern unter der Erde, wenn ich mich falsch informiert habe, haben wir unter der Erde auch Atommüll. Und du kannst dir denken, was passieren kann, wenn man, sagen wir mal, einen atomaren Weltkrieg macht. Und genau da fliegt die Bombe hin. Sei ruhig, halt die Schnauze. Halt die Bombe hinunter. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wirklich. Er war nur für einen Moment so nervtötend und dämlich. Ich konnte einfach nicht mehr. War nicht noch eine zweite Frage? Eine andere Frage. 441 Fälle. Drei Zeugen. Genau gesagt, drei Opfer. Ach ja, dieses Pädoteil. Ich habe da den Beitrag gemacht gegen den Pädophilen. Der 454 Fälle von Kindesmissbrauch an drei bis... Ne, von, von, na doch. Jesus fucking Christ. Okay, ich versuche eben, daraus eine zusammenhängende Frage zu schnipseln, okay? Ein Richter, der, weil der Täter gesagt hat, ich gehe in Therapie, in Freiless. Bist du dafür oder dagegen? Na, das klingt doch fast wie eine menschenwürdige Frage. Allerdings muss ich es doch ein wenig ausholen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, kann unser Seldricon ganz doll schlecht reden. Und da kann er auch Sachen ganz doll schlecht erklären. Das heißt, in seinem Let's Talk Nummer 11 hat er nicht gesagt, ja, der Pädophile wurde verurteilt, aber hat sich reuig gezahlt und therapiebereit und darum wurde dann auf Bewährung erstmal raus. Sondern hat gesagt, im Grunde, ey, der hat Kinder gefickt und du hat es freigelassen, das ist voll scheiß alt da. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass er aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde. Was ich auch so geschrieben habe. Mein Kommentar war im Grunde, wenn er aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde, kann der Richter nicht sagen, du kommst aber trotzdem im Knast, weil Edge Badge. Das ist allerdings nicht der Fall. Ich durfte aus Google, weil unser Seldricon natürlich zu blöd ist, um irgendwelche Quellenangaben anzugeben, du Ficklappen, selber raussuchen, worum es geht. Und habe vom Tagesspiegel und von der RBB was gefunden. Laut den Artikeln hat sich der Mann reuig und therapiebereit gezeigt und wird daher unter Auflagen, das heißt, er darf sich keinen Plätzen mit vielen Kindern nähern oder Kindern allgemein nicht nähern, muss sich einmal wöchentlich bei Polizei melden und so weiter erst mal in Therapie gesteckt und das in Haftstrafe dann später antreten, weil eine Therapierung im Gefängnis scheinbar nicht möglich ist. Oder was weiß ich. Das heißt, es geht nicht darum, wie ich ursprünglich dachte, ob ein Richter je einen Pädophilen aus Mangel an Beweisen freisprechen können sollen darf, sondern darum, ob ein verurteilter Pädophiler auf Bewährung raus darf. Und da muss ich sagen, wir haben in Deutschland scheinbar diese Gesetze, wenn Richter so urteilen. Also ja, Richter dürfen so urteilen. Ob ich dafür oder dagegen bin, habe ich im Kommentar nie gesagt. Wenn es nach mir gehen würde, und das ist natürlich nur meine Meinung, würde ich Pädophile mal ein wenig anketten und mit den Eltern der Kinder allein lassen. Das kann man dann schön aufnehmen, auf RTL senden, als Saw-Serie oder sowas. Das heißt, ich wäre dafür, dass Eltern den Schändern ihrer Kinder den Schwanz wie eine Banane schälen dürfen. Allerdings bin ich natürlich kein Richter. Und in meinem Kommentar ging es nur um die Kompetenz des Richters. Wenn der Richter sagt, gut, ich habe keine Beweise, jetzt kann ich den nicht verurteilen. Oder wenn der Richter sagt, und das Gremium, das dahinter sitzt, dann auch natürlich sagen, gut, der hat sich jetzt reuig gezeigt und therapiebereit. Wir glauben nicht, dass der das nochmal macht. Wir lassen ihn erstmal auf, also mit Auflagen, Fußfessel, Dingsbums, alle mögliche raus. Und gucken mal, wie er sich macht. Dann ist das eine vollkommen legitime Entscheidung. Es ist nicht meine Entscheidung, aber sie ist vollkommen legitim. Und, wie gesagt, es ging in meinem Kommentar nur um die Rechtslage, nicht um meine Meinung. Also ist Schnickers oder Seldricon oder Bolo Bum Bum, oder wie man sich dann noch nennen will, zu blöd, um Kommentare zu lesen. Er hat Glück. Weil hundertprozentig, ich als Richter, wäre ich ein Richter. Der Typ wäre von meiner Seite aus, würde die Person die Todesstoffe bekommen. So ist das. Denn was er den vier Jungs angetan hat, ist einfach nur unverzeihlich. Es ist einfach nur abartig. Genauso wie der Richter, der das Urteil gemacht hat. Hast du gerade gesagt, dass du Pädophile hinrichten lassen würdest? Das könnte interessant werden, weil in keinem Gesetzbuch in Europa oder Nordamerika, das mir gerade bekannt wäre, ist Pädophilie etwas, worauf eine Hinrichtung folgt. Das heißt, du würdest Gesetze ignorieren, um deine eigentlichen, also deine eigenen persönlichen Gefühle auszudrücken. Ein Grund, warum du kein Richter bist. Ein anderes Thema. Wenn ich einen, sagen wir mal, töte, ich bekomme wie viele Jahre? Zehn Jahre, ne? Wenn ich jetzt auf Therapie blendieren würde, würde die Person mich nicht auch freilassen? Denk dir das mal kurz nach und bitte beantworte mir die zwei Fragen, denn die zwei Fragen sind mir wichtig. Um dir zu zeigen, wie unheimlich dämlich dein Beispiel ist, werde ich dir jetzt mal Haftstrafen vergleichen, okay? Wenn ich jemanden im Affekt umhaue und er dadurch tot ist, sind das zehn Jahre. Dieser Mann wurde für über 400 Verbrechen drei Jahre verurteilt. Das heißt, er kommt drei Jahre in den Knast. Wenn ich jemanden aus Versehen töte, sind es bei Totschlag zehn Jahre. Das heißt, es ist mehr als die dreifache Haftstrafe dieses Typen. Und es ist ein Verbrechen, zehn Jahre. 450 Verbrechen, drei Jahre. Das heißt, das ist nicht aufwertbar. Hauptsächlich, weil alle Verbrechen, die der Typ begangen hat, rumgrabbeln war. Und du kannst einmal irgendwo anfassen, nicht vergleichen mit jemandem umbringen. Ja, kleine Kinder anfassen ist nicht gut und das wird psychische Narben hinterlassen bei den Kindern. Aber er kann es nicht mit einem Mord aufwerten. Und ja, selbst bei einem Mord gibt es Sachen, durch die die Haftstrafe abgeschwächt werden kann. Beispielsweise kannst du, wenn du, sagen wir mal, absolut geistesgestört bist, wie du, kommst du nicht in ein Gefängnis, sondern kommst in eine betreute Anlage oder eine Klapse. Hoffentlich ohne Internet. Und wenn du unter extremem psychischen Stress stehst, wie ich momentan, weil ich auf dein Video antworte, dann kann das auf Totschlag runtergegrenzt werden. Das heißt, man kommt von 15 Jahre auf 10 Jahre. Was ich dir damit nur zeigen möchte, ist, dass bei uns Haftstrafen individuell geregelt werden. Wir haben einen Bereich, in dem die Sachen liegen und wenn ein Täter Reue zeigt, dann kann er im unteren Bereich irgendwo rumdümpeln. Und wenn er ganz doll viel Reue zeigt und therapiebereit ist und diese Therapie nicht im Gefängnis gemacht werden kann, dann wird er auch unter Voraussetzung über Fußfessel, Polizei melden und bla, ab und zu mal rausgelassen. Also, da brauchen wir auch nicht in den Knast, bevor die Therapie zu Ende ist. Also, dass du hier Mord mit Kinder anfassen vergleichst, ist vollkommen bescheuert. Aber es passt zu dir. Und ich kann mich artikulieren. Ich habe gesehen, was du unter Scheiß auf dich geschrieben hast. Ich kann mich artikulieren. Ich kann auch was bei die Fresse aufmachen, was mich aufregt. Artikulation. Artikulation. Der war echt gut. Okay, du hast keine Artikulation. Vergleichen wir einmal die Sprache mit einer schönen Frau, um es dir zu verdeutlichen. Das, was du machst, ist besoffen auf sie zustolpern, dir halbherzig die Hose ausziehen, dir das Ding in den Bauchnabel stecken zu wollen, um mir dann auf den Bauch zu lunzen. Artikulation heißt, die Wörter mit der Zunge zu umspielen. Die zu formen, die zu unterwerfen, Sätze zu formen, Nebensätze, alles Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Und bevor ich jetzt noch geiler werde, während ich über Deutsch rede, das waren meine Antworten auf Schnickers ihm seine Antwortfrage-Dinger. Gott, seine Dummheit fährt ab. Ich muss mich therapieren, indem ich Goethe lese oder SMS oder RTL gucke oder irgendwas mit höherem Bildungsstandard als Snickers. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen. Bis dann, ciao. Goal. Jörgd Jesus, ilo, nacional, jörgd Jesus. Vielen Dank.